wie man die einfältigen soll lehren beichten Was ist die Beicht? Antwort Die Beicht begreift zwei Stück in sich Eins, dass man die Sünde bekenne Das ander, dass man die Absolutio oder Vergebung vom Beichtiger empfahe als von Gott selbst und ja nicht dran Zweifel, sondern feste Gläube die Sünde sei dadurch vergeben für Gott im Himmel Welche Sünde soll man denn beichten? Vor Gott soll man aller Sünden sich Schuld geben auch die wir nicht erkennen, wie wir im Vaterunser tun Aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünde bekennen die wir wissen und fühlen im Herzen Welche sind die? Da siehe deinen Stand an, nach den Zehen geboten ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht seiest ob du ungehorsam, untreu, unfleißig, zornig, unzüchtig, heißig gewesen seist ob du jemand Leide getan hast mit Worten oder Werken ob du gestohlen, versäumet, verwahrlost, Schaden getan hast Lieber stelle mir eine kurze Weise zu beichten Antwort So sollt du zum Beichtiger sprechen Würdiger, lieber Herr, ich bitte euch, wollet meine Beichte hören und mir die Vergebung sprechen um Gottes Willen sage an Ich, armer Sünder, bekenne mich vor Gott, aller Sünden schuldig in Sonderheit bekenne ich für euch daß ich ein Knecht, Magd, etc. bin aber ich diene leider untreulich meinem Herrn denn da und da hab ich nicht getan, was sie mich hießen hab sie erzürnet und zu Fluchen bewegt hab versäumet und Schaden lassen geschehen Bin auch in Worten und Werken Schampar gewesen hab mit meinesgleichen gezürnet wieder meine Frauen gemurret und geflucht, etc. das alles ist mir Leid und bitte um Gnade ich will mich bessern Ein Herr oder Frau sage also In Sonderheit bekenne ich vor euch daß ich mein Kind und Gesind, Weib nicht treulich gezogen hab zu Gottes Ehren Ich hab geflucht, böse Exempel mit unzüchtigen Worten und Werken gegeben meinem Nachbar Schaden getan übel nachgerät, zu teuer verkauft falsche und nicht ganze Ware gegeben und was er mehr wieder die Gebot Gottes und seinen Stand getan, etc. Wenn aber jemand sich nicht befindet beschweret mit solcher oder groß an Sünden der soll nicht sorgen oder weiter Sünde suchen noch ertichten und damit eine Martha aus der Beicht machen, sondern erzähle eine oder zwei, die du weißest Also in Sonderheit bekenne ich, daß ich einmal geflucht Item einmal unhübsch mit Worten gewäßt Einmal bis n versäumet habe, etc. Und lasse es genug sein Weißest du aber gar keine, welches doch wohl nicht sollt möglich sein, so sage auch keine In Sonderheit, sondern nimm die Vergebung auf die gemeine Beicht, so du vor Gott tust gegen den Beichtiger Darauf soll der Beichtiger sagen Gott sei dir gnädig und stärke deinen Glauben Amen Sprich Gläubst du auch, daß meine Vergebung Gottes Vergebung sei? Ja, lieber Herr Darauf spreche er Wie du gläubest, so geschehe dir Und ich aus dem Befehl unseres Herrn Jesu Christi vergebe dir deine Sünde im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geists Amen Gehe hin im Friede Welche aber große Beschwerung des Gewissens haben oder betrübt und angefochten sind die wird ein Beichtvater wohl wissen mit mehr Sprüchen zu trösten und zum Glauben reizen das soll allein eine gemeine Weise der Beicht sein vor dir einfältigen Ende von Abschnitt 5